Musik Außergewöhnliche Spende fürs Tierheim Das Tierheim in Lennepa hat große finanzielle Sorgen. Spenden sind unerlässlich zum Erhalt der Einrichtungen. Über eine ungewöhnliche Spende freute sich jetzt Ulrike Schmidt, Vorsitzende des Tierschutzvereins. Der Lennepa-Historiker Wilhelm R. Schmidt spendete dem Tierheim eine umfangreiche Briefmarkensammlung. Ulrike Schmidt wird sich daher schnellstmöglich mit den Briefmarkenfreunden in Verbindung setzen. Denn sie ist froh um jeden Euro, den der Verein für das Tierheim erhält. Kunstrasen für Lüttringhausen Der Jahnplatz soll eine moderne Sportanlage und zugleich ein Treffpunkt für Jugendliche im Stadtteil werden. Am Donnerstag, den 10.02.2011, gab es den offiziellen ersten Spatenstich für den Umbau. 780.000 Euro werden investiert. Zusätzlich aufgewertet wird die Anlage mit zwei multifunktionalen Sportfeldern, auf denen Basketball, Fußball oder Volleyball gespielt werden kann. Sportamtsleiter Bernd Fiedler hofft, dass die Anlage von Lüttringhauser Jugendlichen gut angenommen wird und sich zu einem Treffpunkt im Stadtteil entwickelt. Dazu Oberbürgermeisterin Beate Wilding. Also es ist natürlich eine große Freude, dass wir dank des Konjunkturpaketes hier 780.000 Euro investieren können, um dem Sport und der Jugend hier in Remschad was zu bieten. FCR-Präsident Dieter Ma. Das ist eine tolle Maßnahme, der jetzt nach 80 Jahren dazu führt, dass wir eben auch in unserer Witterung hier, die im Winter auch nicht ganz so toll ist, auch durchgehend oder möglicherweise durchgehend trainieren können. Und so im Spielort unserer Jugend sind wir eben froh, dass wir jetzt diesen Kunstrasen hier bekommen und deswegen wesentlich verbesserte Bedingungen zum Training haben und zum Spielbetrieb haben werden. Mädchenfußballturnier Girls Soccer 2011 Am Freitag, 11. Februar, führte die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Remscheid gemeinsam mit einigen Kooperationspartnern unter Beteiligung des städtischen Fachdienstes Sport und Freizeit und des Jugendrates das Mädchenfußballturnier Girls Soccer in der Sporthalle Neuenkamp durch. Eingeladen wurden neben den Vereinssportlerinnen ganz besonders Schul- und Straßenmannschaften. Auch Einzelspielerinnen waren herzlich willkommen und wurden vor Ort in bestehende Teams integriert. Die Halle war recht gut mit Zuschauern gefüllt. Sogar dieser Vierbeiner zeigte reges Interesse am Mädchenfußball. Die Siegerehrungen wurden von Stadtdirektor Burkhard Mastweiß durchgeführt. Schwerer Verkehrsunfall Am Sonntag, den 13.02. ereignete sich gegen 6.40 Uhr am Hauptbahnhof ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Zunächst hielten beide Fahrzeugführer vor der roten Ampel an der Freiheitsstraße. Nachdem die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhren beide nebeneinander, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, in Richtung Lennep. Plötzlich geriet der BMW in Schleudern, kollidierte mit der Leitplanke und kam am rechten Fahrbandrand zum Stillstand. Um eine Kollision mit dem schleudernen BMW zu vermeiden, geriet der Audi-Fahrer bei seinem Ausweichmanöver auf das baulich erhöhte Mittelstück zwischen Neuenkampabrücke und Bismarckstraße. Hierzu schierte er zunächst eine Warnbarke und prallte schließlich frontal gegen einen Betonpfeiler. Der 24-jährige Audi-Fahrer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin mussten schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Führerscheine der Unfallfahrer wurden sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 50.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Unfallgeschehen machen können.